Wie eben schon angekündigt, spreche ich jetzt mit einem Sicherheitsexperten, Markus Keim. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Ja, vieles ist noch unklar, aber was vermuten Sie? Wen oder was sollte diese Attacke vor allem treffen? Also es ist ja augenfällig, dass sich hier ein Szenario wiederholt, was wir vor genau vier Wochen gesehen haben, als bereits einmal Ölförderanlagen bzw. Tanker, die Öl transportiert haben oder Ölprodukte transportiert haben, angegriffen worden sind. Auch da ist der genaue Ablauf nicht ganz klar geworden. Also die Art und Weise, wie die Angriffe erfolgt sind, noch viel weniger ist der Urheber geklärt worden. Wir sehen aber tatsächlich, dass sich dieses Muster wiederholt und das lässt darauf schließen, dass eben die Konstellation, die wir auch vor vier Wochen hatten, nämlich eine konfrontative Grundstellung zwischen den USA und Iran sich zu wiederholen scheint. Sie haben das gerade angesprochen, Brisant für den Ölhandel ist ja der Ort der Angriffe. Was können Sie uns darüber noch erzählen? Also wir sprechen hier von der Straße von Hormuz, eine Meerenge am Ende des Arabisch-Persischen Golfes, durch die etwa 30 Prozent des täglichen Weltrohölbedarfs in den internationalen Markt eingespeist werden. Also vor allem aus Ländern wie Saudi-Arabien, aus Ländern wie dem Iran, aus dem Irak, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Viele dieser Öltransporte erfolgen mittlerweile über Pipelines, aber nach wie vor ist die Straße von Hormuz eine ganz wichtige Transportroute. Und der Iran hat im Kontext der jüngsten Eskalation zwischen den USA und der iranischen Führung angedroht, er würde sich vorbehalten, eben die Straße von Hormuz abzuriegeln. Ein altes Grundmuster iranischer Politik, was wir in den letzten 40 Jahren immer wieder vernommen haben. Und diese Ankündigung nähert eben auch die Spekulation, dass sich hinter diesen Anschlägen sowohl heute Morgen als auch vor vier Wochen eben Iran direkt oder iranische Verbündete verbergen könnten. Wie werden die USA darauf reagieren? Wie hat sich Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten, schon geäußert? Also die USA sind in den jüngsten, in den letzten Wochen in der Frage der Iran-Politik oder der Golf-Politik nicht immer ganz klar gewesen. Es gibt ja mal einerseits John Bolton, den nationalen Sicherheitsberater, der vor vier Wochen sehr schnell damit war, den Iran zu beschuldigen, der sich heute Morgen auch bereits wieder geäußert hat, gesagt, es gebe keinen Zweifel, die Iran stecke hinter dem Angriff. Es gibt andere Vertreter der Regierung Trump, die sich etwas zurückhaltender geäußert haben. Und es gibt den amerikanischen Präsidenten selbst, bei dem man ja immer wieder in Erinnerung rufen muss, dass ein ganz wichtiger Bestandteil seiner außenpolitischen Agenda 2016 gewesen ist, die USA militärisch aus dem Nahen und Nahen Osten rauszuhalten oder sogar zurückzuziehen. Also wir haben ganz unterschiedliche Interessen und Wirkungen innerhalb der amerikanischen Iran-Politik. Und das erklärt eben auch diese unterschiedlichen Signale, die ausgestreut worden sind zwischen militärischer Eskalation und militärischer Deeskalation innerhalb von kürzester Zeit. Also alles sehr kompliziert. Wie gefährlich ist diese Entwicklung denn heute? Erhöht sich die Kriegsgefahr dadurch noch einmal? Also nehmen wir mal für einen Moment an, dass wirklich der Iran dahinter steckt, also entweder direkt oder inspiriert durch den Iran. Da steht natürlich die Frage einer militärischen Konfrontation zwischen dem Iran und den USA in Aussicht. Direkt würde der Iran nichts gewinnen. Er ist konventionell hoffnungslos unterlegen. Das heißt aber nicht, dass keine Kriegsgefahr droht. Aus zwei Gründen. Einmal einer vermangelnden Einschätzung der Lage, also einer schlichten Fehlkalkulation. Das heißt, dass eben bestimmte Signale falsch gelesen werden. Ein Überflug über einen Flugzeugträger, eine Annäherung durch ein kleines Boot wird falsch interpretiert und führt zu einer Eskalation. Und zum Zweiten sind es eben die ganz großen Meilensteine der iranischen Politik, die eben hier in Erinnerung zu rufen sind, nämlich eben die innenpolitischen Verwerfungen. Es gibt eben keine geschlossene iranische Führung, genauso wenig wie auf amerikanischer Seite. Und es gibt diejenigen Akteure innerhalb des Iran, die sowohl das Nuklearabkommen torpedieren wollen, als auch die Beziehungen mit dem Westen, den USA und den Europäern gleichermaßen belasten wollten. Also ich denke vor allem an die Revolutionsgarden, die ja möglicherweise auf eigene Rechnung gehandelt haben. Welchen Weg sehen Sie? Könnte es jetzt noch geben, dass sich diese Situation zumindest etwas entschärft? Also etwas deutet sich ja bereits an, dass nämlich diese gesamte Situation für die internationale Sicherheit eben Eskalationsgefahr droht. Und nicht in dem Sinne, wie ich es gerade angedeutet habe, also eines voll ausgebildeten Krieges, aber einer schleichenden Destabilisierung. Der britische Außenminister hat seiner Besorgnisausdruck verliehen. Der deutsche Außenminister war am Wochenende in Teheran, hat eben seinen politischen Direktor beauftragt, jetzt nach Washington zu reisen und die Ergebnisse seiner Verhandlungen mitzuteilen. Und in diesen Stunden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wird der japanische Außenminister in Teheran erwartet, der mit Billigung, wenn nicht sogar im Auftrag der Regierung Trump, versucht, zwischen den beiden Akteuren zu vermitteln. Das heißt, die internationale Diplomatie läuft auf Hochtouren und das illustriert, dass die Situation durchaus brenzlig ist und die Gefahr zur Eskalation birgt. Also die Stunde der Vermittler hat geschlagen. Vielen Dank, Markus Keim nach Berlin. Gerne.